Ueli Rothach Hoi miteinander! Heute erzähle ich euch die Sage des Ueli Rothach. Er ist ein Volkshalt aus meinem Heimatkanton aus Appenzall-Innenrode. Und obwohl diese Geschichte vielleicht etwas zu glorifizierend klingt, hoffe ich, dass sie an der Hals am See wird. Oben Badensee liegt am Sentisgebirge Omi das grüne Appenzallerland. Dort wohnt ein aufgewecktes Völkchen, eben Appenzaller. Sie sind bekannt wegen ihrer Schalkhaftigkeit, ihrer altmodischen und schönen Trachten und Eigensinnigkeit. Zu der Zeit des Befreiungskrieges im 15. Jahrhundert haben sie besonders viele bemerkenswerte Taten verrichtet. Es gäbe viel zu erzählen, weil man alle ihre wilden Schreibzüge, die bis ins deutsche Reich rausgegangen sind und alle Kämpfe, die sie im eigenen Land gegen ihre Feinden zu bestehen hatten, berichten. Ich will darum einfach von einer Schlacht erzählen, von der Schlacht am Stoss. Im Jahr 1405 ist der österreichische Herzog Friedrich mit grosser Macht in Richtung Appenzallerland hochgerockt, um die freiheitslustigen Älpeln einmal gründlich zu bodigen und zu zähmen. Bei regnerischem, anlostigem Wetter ist dem Herzog sein Heer die Schleipfungen, vom Regen aufgeweichten Halden und Abhängen am Stoss, hochgestiegen. Da hat ihnen eine letzte Mauer, das ist eine künstliche Talsperre, wie z.B. eine Steinmauer oder eine Palisade, den Weg versperrt. Doch haben sich die Österreicher wegen dem nichts aufhalten lassen. Sie haben die Mauer zerbrochen, und weil sie den Händen niemanden vorgefunden haben, haben sie schon seigesfroh gejubelt. Sie haben gedacht, die Appenzallerhirten wären angesichts ihrer Übermacht geflüchtet. Aber als sie letztendlich alle über die Mauer gesehen haben und die frohen Mutes weiten bergauf wollten, sind auf einmal die Appenzaller mit ihren Freunden aus der Schweiz und der Klarus von den Anhöchen runter in die Österreicher reingesprungen. Und der böse Kampf hat angefangen. Weil die Habsburgerische Ritten von Kopf bis Fuss in einer Harnisch gesteckt sind, haben sie auf dem schleipfigen Boden keinen Halt gefunden. Die Appenzaller in ihrer leichten Hirtenhempe und mit den Bahren Füssen konnten sich leicht bewegen. Zudem sind die Armbrustschützen des Herzogs die Zähne vom Regen schlafen worden. Dennoch hat das wohlbewehrte Heer Wackenstand gehalten und kein Mensch wusste, wie der Kampf wohl ausgehen würde. Die immer mehr bedrängten Appenzaller mussten sich wehren wie die Läuhe. Am hölderhaftesten hat sich ein Älple namens Ueli Rothach gewirrt. Zwölf schwerbewaffnete Österreicher haben ihn Stock für Stock an die Wand von einem Heustadel zurückgedrängt. Dort ist er aber stehen geblieben und hat seine Heerwärter um die Köpfe der zwölf karnisten Angreifen pfeifen lassen, sodass ihnen die Helme wegflogen sind wie die Vogelnester in einem Fünnsturm. Immer und immer wieder sind sie von allen Seiten auf ihn eingetragen. Doch der riesige und herzhafte Älple hat sie jederzeit mit fürchterlichem Streich von sich abzuhalten gewusst. Schon sind fünf von ihnen am Boden gelegen und wer weiss, wie es den anderen ergangen wäre, ist ihm in Sinn gekommen, den Stadl anzuzünden. Er hat einen Feuerbrand ins Heu gewoffen und sogleich haben die Flammen aus Dach und Wand rausgeschlagen. Jetzt hat Ueli Rothach sein Ruck genommen mit Gedeckt gehabt. Um nichts zu verbrennen, musste er sich vom Gadenweg machen, umringt von seiner rasenden Finden, wie ein edels Ross von einem Hornissenschwarm. Aber er hat seine Helebarde um sich wirbeln lassen, sodass bald wieder von einem Finden, Blechkaube samt Kopf ins Gras geflogen ist. Schon eine Weile hat er mit nackten Armen gestritten, densierten Hemden in Schemmi-Fetzen am Körper gehangen. Da ist es einem von seinen Gegner gelungen, ihn von hinten mit einer Lanze böse in den Rücken zu treffen, sodass er in die Kneue gesunken ist. Aber auch so hat er die Finden noch eine Weile in Schach gehalten, obwohl er die Augen voll Blut hatte und keinen von den Stich mehr gesehen hat. Endlich ist er zusammengebrochen und als Held gestorben. Trotz solchen und anderen rühmenswerten Taten haben die Appenzellen nach und nach an Boden verloren, denn immer neue Scharen von in Eisen starrenden, nachrückenden Fussknechten sollten erschöpften Ritten zu Hilfe kommen. Schon wollten die Hirten verzagen und sich von der Obermacht zurückziehen, wo auf einmal eine neue Schare von Appenzellen kämpfen auf der Anhöhe des Stosses mit wildem Kriegsgeschrei aufgetaucht ist. Mit Schrecken haben da der Herzog und seine Ritten gesehen und mit Verwunderung natürlich die kämpfenden Appenzellen. Denn sie konnten sich nicht vorstellen, wer ihnen jetzt noch zu Hilfe kommen will, weil sie ja alle in den Kampf gezogen sind. Aber als der hilfreiche Zuzug wild aufschreiend von der Anhöhe runtergestürzt ist, haben die Appenzellen neuen Mut gefasst und sich auf die Österreicher gewoffen. Der Herzog, sein Fussvolk, von Schrecken ergriffen, hat angefangen zu weichen und bevor die Ritten verhindern konnten, hat sich ihre Heerordnung aufgelöst und alle sind in einer wilden Flucht den Berg runtergejagt. Da mussten auch sie flüchten, denn die Appenzellen sind fest einer dran gesehen. Ritter und Ross haben die Stechen am Stechwerkzeug gekratzt als an einem 100-jährigen Tornengebüsch. Die Hirten haben ihre Chance genutzt und es verstanden, den Österreicher mit ihren Knütteln flinke Beete zu machen. Die Schlacht ist ausgesehen und für die Appenzellen glorreich ausgegangen. Sie haben sich gesammelt und voll brennender Neugier nach dem hilfreichen Zuzug ausschaugehalten, wo ihnen so höchstzeitig zu Hilfe gekommen ist. Sie sollen aber aus dem stauenen Genome rauskommen, wo sie im heranstürmenden Hilfsvolk ihre eigenen Frauen und Töchter erkennt haben, die sich wie Männer mit Hirtenhemden bekleidet haben. Sie haben sie jauchzend an ihre Brust geschlossen und haben dem Gott gedanket, der ihrer Frauen so eine herzhafte Landeskraft gegeben hatte. Und wenn ihr vielleicht mal die Zappenzellen seid, dann schaue ich doch in der Hauptgasse beim Rathaus vorbei. An der Fassade, gerade über dem Torbogen, könnt ihr eine Darstellung des Ueli Rothach sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.